Es gibt brandneue News in der Division Heartland, welche das sind, alles in diesem Video. Ein Hallo von mir, herzlich willkommen, mein Name ist Charles und ich begrüße dich zurück zu einem Video im Division Universum. Es gibt News bzw. Leaks zu Heartland und die sind aber relativ glaubwürdig. Es gibt einen Spielejournalisten, der Typ heißt Tom Henderson und der hat einen Artikel auf xfire.com veröffentlicht. Er beruft sich hier eben auf Leaks in der Branche und die Erfahrungen mit dem dürften relativ gut sein. Ich kenne ihn persönlich nicht, hat sich bei mir noch nicht vorgestellt, aber wir gehen mal auf diese Informationen, auf diese Neuigkeiten ein, aber mit Vorbehalt. Ja, ich möchte es euch aber präsentieren, denn sie sind eigentlich überall schon aufgetaucht. Es gibt sehr viele Artikel darüber und ich dachte mir, naja, dann schauen wir mal. Wenn es stimmt, dann gut, wenn nicht, dann wäre es schön gewesen. Also, wie gesagt, der Typ heißt Tom Henderson, hat einen Bericht veröffentlicht und hier ist es so, er hat gleich mal berichtet, dass dieser Spieltyp ein PvE, PvP Shooter sein wird. Also, das Ding heißt PvP, also alles zusammen und hier ist es so, es erinnert ein bisschen an Escape von Darkov und Hunt Showdown. Wer diese zwei Spiele nicht kennt, ein bisschen googeln, da gibt es etliche Videos auch auf YouTube, aber hier ist es so, das sind so Raid Shooter, wo man Waffenausrüstung in der Welt auch findet. Man muss auch hier etliche sammeln, man muss gegen Gegner kämpfen, in PvE, PvP, also hier sehr umfangreich. Hier muss man dann eben versuchen, auch bestimmte Ziele zu erfüllen und mit der Beute zu entkommen. Also, im Grunde erinnert es auch ein bisschen an Modus aus der Division 1, an Survival, an Überleben. Man muss also, ich denke wohl, wenn ich so in die Division umlege, man wird sich wieder irgendwelche Filter besagen müssen zu den Komma gleich. Die Info gibt es nämlich auch, man muss etliche Sachen machen und dann ausfliegen. Kennen wir, also es ist echt Division. Hier ist es so, man wird zu dritt unterwegs sein, in einer Map, die Silver Creek heißt. Und hier soll man eben gemeinsam auf Raids gehen, Ausrüstung erbeuten und gegen schwere KI-Gegner kämpfen. Und nicht vergessen, es laufen auch noch andere rum. Also, PvE, PvP, alles zusammen. Hier wird auch angegeben, es gibt Gas in dieser Region und wenn man in dem Gas drinnen steht, dann geht man zum Boden. Man kann aber überleben, wenn man eine Gasmaske trägt. Das kennen wir aus der Dark Zone. Also, es klingt sehr glaubhaft. In der Zwischenzeit kann man natürlich auch SHD besorgen. Man muss Nachschub anfordern, Upgrades kaufen, kontaminierte Gebiete räumen. Also, klingt sehr geil, wenn es so kommt. Hier wird es auch dann einen Ort geben, das wird angegeben mit der BOO. Und hier kann man sich Projekte abholen, tägliche und wöchentliche Missionen, zusätzliche XP, Ressourcen. Wahrscheinlich wird es dann dort auch so einen Shop geben. In-Game-Shop, denke ich mal. Und man bekommt dann auch durch Ausrüstung Vorteile im Spiel. Ich hoffe, es wird hier aber nicht zu viel Pay-to-Win werden. Weiter geht es im Silver Creek eben, dass man auch oft Ressourcen eben Trassen sammelt, zurückkehrt, upgradet. Also, Waffen modifizieren, Upgrades, Ausrüstungsgegenstände kaufen. Ebenso wird es ein Matchmaking für die Lobby dort geben. Also, das hat uns der so erzählt. Was sind so wichtige Punkte aus seinem Bericht? Der Hauptmodus, wie gesagt, der ist im PvE-PvP-Modus. Der wird Storm heißen. Und hier geht man zu dritt, wie gesagt, auf die Suche nach wertvollen Loot. Andere Teams und Gegner-KIs erschweren die Mission. Naja, klar. Man wird auch andere schießen können, looten können. Man kann man, wie gesagt, auch aus anderen spielen. Weiter wird es einen zweiten Modus geben. Und der heißt Exkursion. Und das ist ein reiner PvE-Modus. Und hier spielt man dann gegen Computergegnern. Und hier wird es Feinde geben, die heißen Vultures. Und hier wird es geben Flanker, Grunt. Es wird Heavis geben, Scharfschützen, Techniker. Also auch Sachen aus dem Division 2-Universum. Nun kennen wir auch von anderen Gegnern. Wir haben einen Techniker oder wir haben einen Granatenwerfer und so weiter. Also hier doch Heavis, mal die Dicken, kennen wir. Also denke ich mal, klingt sehr gut. Dann wird es in diesem Storm-Modus, in dem schweren Modus, in dem PvE-PvP-Modus, auch farblich seltene und Stärkestufen geben. Verschiedene. Hier wird es wahrscheinlich dann auch irgendwelche epischen, vielleicht Exos geben. Weiß ich nicht, ob man die dann mitnehmen kann. Keine Ahnung. Also natürlich vom Loot her verschiedene Lootstufen geben. Es tauchen dann eben auch Stürme auf. Und das sind diese Stürme mit diesem Giftgas. Also hier kommt aus dem Battle Royale. Irgendwie, dass auch was auftaucht. Aber es wird nicht so sein, wie bei einem Battle Royale, dass es dann immer kleiner wird oder so. Also so wird es nicht sein. Sondern die treten dann immer nur lokal auf. Also die Map wird sich nicht verkleinern. Ist schon mal nicht schlecht. Das finde ich ja mal schon sehr gut. Des Weiteren hat er erwähnt, dieser Herr Henderson. Dass es sechs spielbare Charaktere geben soll. Drei männliche, drei weibliche. Na, 50-50. Und hier wird es auch Unterschiede in der kosmetischen Natur geben. Naja, das ist auch klar. Und wir werden aus drei Klassen wählen können. Jeder Klasse hat einen eigenen Perk. Hat Fähigkeiten. Fertigkeiten. Ganz klar. Und was wird es geben? Den Waffenexperten, den Sanitäter und den Überlebenskünstler. Also Überlebensexperten hatten wir in der Division 2. Klingt sehr komplex. Also wir haben Fraktionen, nehme ich mal an. Gegnerfraktionen. Wir selber haben Jobs. Wir haben natürlich andere Gegner. PVE, PVP. Sehr, sehr cool. Er schreibt weiter in seinem Bericht, dass es sehr anspruchsvoll sein könnte. Ja, er hat es ja nicht gespielt. Also kann er ja nicht sagen, es ist anspruchsvoll. Also es könnte sehr anspruchsvoll sein. Da man eben in der Open World gegen KI-Gegner und gegen PVP-Gegner kämpft. Gegen andere Spieler. Des Weiteren gibt es verschiedene Kampfsituationen, hat er berichtet. Schreibt er. Und hier wird es stärker ausgerüstete Gegner geben. Spezielle Bosse. Also vielleicht wird es irgendwelche Named-Bosses geben. Oder irgendwelche kleineren so Raid-Bosse. Und das dürfte auch in Escape von Darkoff so sein. Ja, also hier schreibt man es ruhig in die Kommentare, wenn wer Darkoff spielt, ob das auch dazu ist. Ich nehme mal an, die werden doch Ubisoft ein bisschen wo klauen. Ja, aber wenn man gut klaut, ist es nicht schlecht. Ja, besser gut geklaut als schlecht kopiert. Ja, also dann passt es. Ja, wann soll es erscheinen? Ubisoft hat gesagt, im April 2023. Aber er sagt, dass schon sehr viele so Qualitätstests laufen, Spieletests laufen und er davon ausgeht, dass es früher sein könnte, dass es released wird. Also vielleicht noch im Jahr 2022, was mich freuen würde. Ja, also wenn ich so lese, wie gesagt, ich habe es mir aufgeschrieben. Also nicht wundern, warum ich immer hier lese. Ich habe es mir natürlich ein bisschen zusammenfassen. Ich habe mehrere Berichte gelesen, weil ich kann es ja auch noch von dort nehmen, was dort steht. Und wenn es so ist, klingt es ein wirklich interessantes Spiel auch für mich. Also beim ersten Release-Trailer sind wir ja ein bisschen das Gesicht eingeschlafen, weil ich gesagt habe, oh, verkacke, wieder nur so ein PVE, so wie Frontline. Ja, also wir haben ja hier wirklich extrem PvP im Moment, Free-to-Play und alles. Aber wenn es so wirklich kommt, dass es zwei Modi gibt, PVE und diesen gemischten PVE-PVP, ich würde dann beide spielen. Natürlich mal mit dem PVE anfangen, mal reingrooven und dann PvP natürlich spielen. Klingt also mega interessant, meiner Meinung nach. Also, wenn dieses League stimmt und sie setzen es gut um und es ist bugfrei, bitte, dann denke ich, dass es doch erfolgreich sein könnte in der Division-Community, tatsächlich. Schreibt es mir eure Meinung hinein, natürlich Kommentare, liken, Abo, wie immer gerne gesehen. Und wenn es wieder News gibt, ich werde es euch erzählen. Und somit wünsche ich euch einen schönen Tag, bis zum nächsten Mal.